Na und hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Slime Ranger. Wir haben ganz fein und brav nichts angepflanzt. Yay! Nein. Juppa! Da ist eine. So, wir haben jetzt erstmal eine andere Pflanze angepflanzt, da wir ja noch abwarten müssen, was die uns so bringt. Ah ja, wir haben noch Hühner. Wir haben natürlich einen Hühnerstall mittlerweile. Das haben wir ja in der letzten Folge gehabt, ihr habt alle gesehen. Bok, bok, genau. So, jetzt gehen wir gleich noch eine Hühnerrunde, werden dann unseren Mietekatzen Slime am Ende dieser Dings füttern. Jaja, die produzieren fleißig weiter unser geliebtes Essen. Denn ich weiß nicht, wie viele, okay, wie viele Hühner wir dafür, woppala, bräuchten. Boah, hier ist richtig Abenteuer-Action hier. So, hier müssten wir kurz einsammeln. Das bringen wir dann kurz vorher nochmal weg. So, schön nochmal abernten. Na komm. So, jetzt haben wir abgeerntet. Perfekt. Da müssen wir gleich noch abernten. Das sind die Ocker-Ocker. Ocker-Ocker. Die Ocker-Ocker müssen wir gleich nochmal einpflanzen, äh, abernten. So, werden wir mal hier noch kurz langlaufen und natürlich die Hühner einsammeln, die wir einsammeln können. Ja, Mist. So, wir werden jetzt einfach... Mal gucken, kann man hier von hier drüben schießen? Nein, kann man nicht. So ein Mist. Nein, kommt her wieder. Nein, kommst du wieder her. Mein Huhn. Gut, wir müssen also relativ... Wir schießen einfach direkt in ihr großes Maul. Oh, schmeißt die uns gleich von der Insel runter? So, jetzt sehen wir nur noch einen riesigen Mund und haben nichts mehr. Wahnsinn, das ist immer ein Fresssack, oder? Gut, wir müssen jetzt hier irgendwie... Ah, wir hochkommen. Perfekt. So. Etwa können wir immer gebrauchen. Wir haben eine Menge zu füttern. Ah, leer. Nein. Wir waren schon zu lange hier. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Äh, wo sind Hühner? Ihr Schweine! Ihr habt die Hühner getötet. Okay. Das scheinen wir irgendwie zu erforschen zu müssen, zu wollen, zu können. Deswegen werden wir das nachher auch gleich mal eine Runde tun. Uah, noch mehr so böse Tiere. Die sind beruhigt und man was zu essen bei hat, habe ich festgestellt. Ui. Ui. Jetzt haben wir natürlich keine mehr. Das ist jetzt schlecht. Okay, wir müssen weiter auf die Hühnersuche gehen. Denn die Mietekatze hat noch nicht genug. Oh, der Fresssack, ey. Wahnsinn. Gut. Wir müssen jetzt mal... Gut, kurz speichern die Energie. Kurz warten. Wir fressen hier natürlich gleich auch alle Hühner weg. Ist Wahnsinn. Ah, okay. Wir müssen kurz warten. Nein, da hat ein Huhn einen Selbstmord begangen. Ein Selbstmörderhühnchen. Ja gut, kann ich irgendwo verstehen. Aber wir wollen ja noch gucken, ob wir vielleicht noch paar... Da sind noch ein paar Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Nein, wir waren zu spät. Wo bist du? Nichts mit, frisst das Hühnchen. Ist hier nicht. Mein Hühnchen. Wir müssen nach Hause. Wir müssen noch ein bisschen was einsammeln. Wir können ja auch mal... Ne, so schnell geht das auch nicht. Wir müssen also wieder da lang. Weil wir ja nicht gerade aus der Richtung kamen. Genau. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal hier lang. Weil wir es können. Äh, da lang. Ah, noch ein Huhn. Und noch ein Huhn. Gut, ich habe jetzt kein Hühnchen mehr gehört. Wir gehen jetzt erstmal wieder weiter. Ui. Nein, ich wollte das Hühnchen behalten. Genau, springt hinterher. Das ist die beste Lösung für alle. So, wir gucken jetzt mal, ob wir da drüben. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die überschossen. Und rüber da. Ach, nö. Was ist denn hier? Wieso werden wir denn hier gelandet? Wir haben Schleims gefunden. Wir haben Wasserschleims. Wir haben Wasser, Bären. Noch mehr Schleims, die wir schon kennen. Noch mehr Hühner, die wir schon kennen. Es scheint hier irgendwie so eine Hohl-Area zu sein. So, wir gucken uns jetzt mal um. Wir sind natürlich irgendwo gespawnt und wollen jetzt irgendwo hin. Das ist natürlich jetzt schon schade. Ah, hier sind noch ein paar Mietekatzen. Also mit Mietekatzen-Slimes kann ich mich dann demnächst mal tot werfen. Wenn ich jedes einzelne sammeln würde. Ach, her damit. So, wir laufen dann hier rüber und gucken mal, wo wir denn... Da ist noch ein Slime. Du frisst ja Gott sei Dank alles. Ich weiß, dass ich damit meinen Phosphorteilen jetzt gar keinen Gefallen tue. Aber... Ja. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt gelandet sind, aber irgendwo sind wir schon gelandet. Kann mir mal jemand sagen, wo wir hier sind? Ich weiß nicht, wo wir hier sind. 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 Hm. Okay. Es scheint alles irgendwie einen Sinn zu haben. Ich habe ihn bloß noch nicht entdeckt. Nein. Wir werden sehen, was wir sind. Dahinter ist auch so, dass wir jetzt natürlich noch einen Schlüssel haben und wir uns noch eine Ebene erkämpfen können. Wir wissen ja auch, wo wir die... Bäm. Andere herkriegen noch. Einen Schlüssel könnten wir eventuell noch von dem Phosphorschleim bekommen, der da hinten ist, wo wir ja jetzt für die Ocker-Ocker sammeln. Genau, wo wir jetzt die Ocker-Ocker für sammeln. Auch 50 Stück bräuchten wir wahrscheinlich davon. Ja, gut, da stand jetzt auch anderes Gemüse, aber es wäre natürlich praktischer, wenn wir Ocker-Ocker mitbringen würden. Oppala. So. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Da haben wir die Ebbeeren schon weg. Da haben wir jetzt noch eine zu liegen. Die nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir noch ein paar wunderschöne Wasserkristalle. So, denen könnten wir eigentlich noch ein paar neue Zimmergenossen mitbringen. Jetzt gucken wir noch mal, was diese Phosphorschleims gerne essen. Gemüse und Ocker-Ocker. Okay, wir werden also noch ein paar Sonderpflanzen mitbringen. Das haben wir ja jetzt schon mal geplant. Das ist auch sehr sinnvoll. Wir werden jetzt erst mal da lang ausleeren. Auch wenn es nur wenige sind. Die lieben Ocker-Ocker, wir lieben Geld. Das ist ja cool. So. Der ist schon wieder fast voll, der Tank. Die haben eigentlich auch noch genug. So. So. So, die Gemüse. Wir werden jetzt noch die grünen hier anpflanzen. Denn wir brauchen dieses Spezialgemüse. Für eine spezielle Sorte. Das finde ich ganz interessant. So, wie sieht es hier aus? Ihr habt auch nichts mehr zu essen, ne? So, hier habt ihr erst mal ein bisschen was zu essen. Für so. Hier werden wir mal kurz... Genau. Und wir sollten noch ein paar explosive Slimes überhaupt mitbringen. Wenn wir sowieso schon... Ui. ...unterwegs sind. So. Wir werden hier auch noch auf 30 Mal hochsetzen. Dann haben die erst mal ein bisschen was zu essen. Wir werden hier einmal wieder voll machen. So. So. Wir sind wieder voll. Wir können jetzt erst mal... Ach, Mist. Wir haben vergessen. Wir haben da ja noch was. So. Äh, die sind voll. Die fressen eh nicht so viel. Hier nochmal auf 30 voll. Hier nochmal runter auf 20. So. Ich glaube nämlich auch nicht, dass sie so viel fressen werden. Ich hoffe, dass sie nicht so viel fressen werden. Wow. Da ist aber noch viel übrig. Okay. Gut. Hier nochmal auf so viel runter. Gucken wir mal, ob das jetzt reicht. Dann werden wir wahrscheinlich... Ne, wir werden keine Nacht drüber schlafen gehen. Ach, scheiß drauf, wie wir schlafen... ...geschlafen werden kann auch noch später. Wir nehmen natürlich die Abkürzung. Oh nein, unsere Viecher hier im Handen haben wahrscheinlich nichts mehr zu essen. Oder noch... Jetzt noch haben sie gerade... Gerade werden sie noch gefüttert. Wollen wir mal gucken. Wir werden natürlich die Miezekatzen ersetzen, soweit wir genug Hühner uns zusammengesetzt haben. Hui. So, wir sind schon mal hier wieder drin. Mal kurz gucken. Okay, da hoch müssen wir. Dafür brauchen wir die Energie natürlich voll. 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 Danke. Und wir werden uns jetzt natürlich schön... Oh Gott, 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 Gott. Hilft das? Wir können nicht höher. Wir können nicht höher. Okay, wir können nicht... So. Gut, dann müssen wir laufen. Wir haben uns bewusst gemacht, dass wir jetzt doch laufen müssen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber auch das werden wir hinbekommen. Ja, da sind noch ein paar Radioaktive, die wir noch unbedingt haben wollen. Nee, Radioaktive. Dass du nervst, ist was anderes. Oh, ich habe einen Radioaktiven Punkt erwischt. Das ist in Ordnung. So, nee, die nehmen wir jetzt nicht mit. Die können da bleiben. Wir wollen jetzt da drüben hin und uns noch den letzten Blub holen. Da sind noch drei. Mal gucken, ob wir die noch schaffen, ohne dass die mutieren. Wir haben natürlich Ocker, Ocker bei. Als... So. Au. Da war noch eine Mieze-Katze. Die habt ihr alle gehört. Irgendwo da ist eine Mieze-Katze. Und ich kann ihr leider nichts zu essen anbieten. Außer ich kann sie mit Wasser abschießen. Okay, das war nichts. Wir müssen hier weg. Hier ist ein böser Slime gespawnt. Aber ob wir das überleben oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Slime Ranger. Bis dahin. Ciao, ciao.